Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche, findet ihr nicht? Na also! Es ist soweit! Ich habe keine Ahnung! Ich spreche nicht ab! Der Beutel? Der Siegversteller bleibt da! Stimmt! Ich mache den Kurs! Nicht nachlassen! Ich habe keine Angst! Acht! 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 Wir haben vier Lichter Arlethens. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Karl Scherrock hat Katalash vernichtet. Aus Angst vor dem Reich von Tevinter haben die Zwerge ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Wie verabscheuungswürdig! Es ist also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. Es ist also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. schon zu begegnen. Die Zuflucht wird ab. In Acts 4 bin. Ich würde den Liedern aufwenden, dann werden die Zuflucht rögen sind. Das sind die Ruinen. Der zerstörte Eluvian müsste hier irgendwo sein. Ich bin so aufgeregt. Wenn ihr es so sehr hasst, draußen zu sein, warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Ich meinte den Hund. Aber selbstverständlich. Auf, dein Leben! Lass mich zurück! 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 Diese Leute waren krank, bevor sie gestorben sind. Derabellas. Lätherin. Sie sind doch nicht ansteckend, oder? Sie sind doch nichts zurück! Lass mich Bringen! Ja. Das war's für heute. Dunkle Wut! Ein Fest! Erhübert mein Sein! Eega! Eega! Erhübert! Eega! Meidu, ja! Erh! Dime! Erhübert! Joost! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Schon gut, schon gut.